mir ist gerade eine grandiose idee eingefallen wir machen einfach das gleiche was wir da vorher gemacht haben nur mit filmen wir sind die könige der welt wir sind die könige der welt ja titanik ist schon ein bisschen was her okay ich glaube das war gestern nein dass wir an dass wir an bord waren an bord der titanik ja waren die letzte überlebende ich habe mich jetzt gerade ein bisschen okay ich habe mich jetzt wieder auf spiel konzentrieren ich habe jetzt gerade eine chance verpasst ja ich auch ich habe gerade versucht nach der wirst du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst jetzt hier irgendwie äh phantasialands diese hollywood tour da aber da kann es die titanik oh mann ich achte nie so mario was soll denn das weißt du ich spiel da mit dem typen wo dann kommt man von hinten weißt du wir mitspielen nein und dann verkackt das noch schön kannst du schon beckigen hä 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 äh ok ähm aus welchen serienintros das Gibt es da eins? Ja. Ich hör mal, wer da hämmert. Schön gemacht. Also es ist halt das ganz normale Serienentum. Man wird ganz Charaktere vorgestellt und dann ganz am Ende. Ich dachte, wir wollten ja auf Filme gehen. Ja, aber das... Hör mal, wer da hämmert, der Film. Ja, gibt's glaube ich nicht. Hör mal, wer da hämmert, das ist Kulturgut. Muss man hier sehen, wenn du so amerikanische Serien dir angeguckt hast, dann hör mal, wer da hämmert. Auf jeden Fall, genau wie King of Queens und so. Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie. Arthur, 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 Arthur. Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie. Was? Ja, er hat mal ein... Duck hat ein Nid über sich und seine Frau gemacht. Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie. Und Arthur ist ihr Vater. Affa, 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 Affa. Boah, fuck, wie geht nochmal der Text? Ich hab grad ein Serien-Intro. Kennt ihr das auch? Manchmal fehlt nur ein Mini-Hoch, dann wär die Welt perfekt. Bam, bam, bam. Fast jeden Tag tue ich das, was mich am liebsten mag. Das ist nicht jedem recht. Ich übe nie, ich... Ich übe nie, ich... Keine Ahnung, weiß nicht. Ich glaube, ich übe nie und dann... Ich sagte, wie ich mich fühl... Na... Na-na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na-na... Ja, ok. Ich muss ja auf Kinder-Serien wieder zurückgehen. Es ist nicht wie es ist dran... Na-na-na-na-na... Alter! War wieder das zweite Mal? Na-na-na-na... Na 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 na, komm, überlass ihn mir Also ich, die Mitte des Textes konnte ich nicht Ähm Kennst du Chip und Chap? Ich weiß, äh, warte, ähm, ich kann mein, ich kann mein Auto steuern Hä, warum funktioniert, was? Warum funktioniert mein Kontrollner nicht? Oh oh Was? Du musst mit Tastatur spielen Ich weiß nicht, wie ich mit Tastatur spielen soll Du bist jetzt mein Chip, 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 chip in Chap Nein, bitte, das rechts Ich kenne den Text nicht mehr Was? 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 Was sieht das Kontrollner aus? Das ist doch scheiße Ich würde mal sagen, Justen, wir haben ein Problem Ich weiß nicht, wie viel ich hier spreche, was? Achso, mach ich das Was ist denn mit meiner Kontrollner los? Was ist das für? Krabel? Oder Watzeli? Nee, du musst mal grad machen Krabel Du musst grad grad über den, du gucken über den Ja, ja Ah ja, ich mach das hier schon. Du schaust da schon. Komm schon. Hast du dich hängen? Nein, das geht aber nicht. Wieso geht der jetzt in der Kontrolle nicht? Option? Steuerung? Ich hab ein Tor gemacht. Ja! Das war eigentlich eher ein Eigentor, aber naja. Von denen. Ich hab' aber so schlecht getroffen. Ey! Das ist so kacke! Ich will nicht mehr Tastatur spielen und Maus. Was ist das? Oh Gott! Wenn ich damit ein Tor hinkrieg, ne? Komm, 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 komm! Das war ja sogar knapp! Oh, ich bin zerfört. Mann, boah, 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 boah! Was soll das mit meinem Controller? Aber können wir dann nach kurz wirklichen Cut machen und starten das Spiel nochmal? Schade, wenn jetzt einer von uns angewiesen wäre, hätten wir ihn ausgeschaffen können. Ähm, schade. Warte, 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 warte. Wir haben gewonnen. Was willst du denn? Hä? Wir haben 2-1 gewonnen. Ähm, können wir dann ganz kurz... Ey, ich bin Morso 2. Geil. Können wir... Ich hab' gerade mega den Mindfuck, aber... Egal, wir sehen uns wieder nach nem kurzen Cut. Ja, äh, äh... Kann doch nicht sein. Verliss auf Geld. In die zweite Runde. Bam. In die zweite Runde. Ja, ich bin doch schon drin. Lade mich nicht noch mal ein. Oh, nein, das war falsch. Wir müssen nach nem Spiel suchen. Bam. Nach nem Spiel suchen. Oh, dann spielen. Spiel suchen. Ähm, los geht's. Was? Aber gut, es macht gar keinen Sinn, dass ihr mitzummen... Weil die hört man wahrscheinlich gar nicht die Musik. Also wahrscheinlich andere Musik. Nein, das ist das andere bei mir. Ja, andere Musik. Bei mir singt gerade ein Vibe, äh, light it up. Bei mir ist einfach nur eine geile Mucke. Light it up. 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 Okay, wir waren doch eigentlich bei Film jetzt. Dann sind wir ganz bei Seren, äh... Egal. Scheiß drauf. Wir haben auch geile Filme. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, ich weiß schon genau, wie ich da schneiden werde. Was ist in Jersey Park als Spieler? Ich will erst mal so, also erst mal so wie du es gemacht hast, dann kommt dieses Spiel abgebrochen und da war ich jetzt mit der Originalmusik unterlegen, werde ich das unterlegen. Kommt das noch majestätisch herüber. Oh Gott, was wird's? Das ist auch eine Kindersehre, kann man eher sagen. So, da geht's. Nein! Ich wollte eigentlich ein bisschen baiten. Ja, das ist meine Schuld, sorry. Ich wollte eigentlich, ich bin ein bisschen später. Oh, wie schön der das gemacht hat. Ja, nur in die andere Richtung. Ja, ich dachte, ich krieg so einen zweiten Kontakt und hau den also weg. Mein Fehler. So, was wolltest du? Hau raus. Ah, kacke! Was ist das für eine Kindersehre? Äh, warte, 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 warte. Nee, 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 ich hab's fehl. Kacke, ich krieg den voll und spiel grad nicht mehr hin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es ist gerade ein bisschen was cool bei mir. Hau raus. Warte, oh oh! Nein! Mann oh! Das war doch nicht mehr weg, das war nicht mehr weg! Ich weiß. Jetzt, jetzt komm, hau! Hau, hau! Ich bin nicht auf dem Dach. Mein Gott, alles muss ich dir alleine machen. Warte, jetzt sieht man. Guck dir das an. So, dank dass du gesprungen bist. Und dann noch... Alles muss ich mir alleine machen. Okay, hau raus. Ich mag das nicht unter Druck zu sehen. Fick dir hin! Alter, ich mach einfach so nix. LOL Was ist das denn? Nein, nicht unter Druck. Jetzt kann ich gar nicht mehr spielen. Elisabeth! Alter, was war das? Elisabeth? Muss ich das kennen? Ähm... Ah, okay. Mit der Macht des Hasses. Ich weiß nicht, was du mit Elisabeth meins. Das war... Ich hab grad irgendwie an How Met The Mother gedacht. Und da hat Barney das mal gesagt, als er Schauspieler hat. Barney Stinson. Ah, ja, stimmt. Ich hab sie sehen, gerade verwechselt. Ist das behindert. Okay. Wenn du nicht mehr behindert sein willst, dann singen jetzt endlich diesen bestimmten... Nein, nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Mach ich sowas nicht. Who can say what... ...Mount us... ...Lalala... 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 Ähm... Ja gut, mach du! Oder? Du bist, du bist, du bist, du bist dran. an so ein Führer zu tun zu tun er weiß ich nicht von Jojio Prozent die ich habe es gibt so viele als Kurs der Sorge dafür zu Von welcher Serie wolltest du denn singen? Ducktales. Achso. 3, 2, 1, Risiko. Ah ne, ich hatte schon heute gerade, das war DuckmanDuck. Ähm, Ducktales. Warte, Handy. Achso, ich dachte, wir sind jetzt ein Tor. Ähm, Foto. Selfie. Okay, du, 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 du. Ja. Ich weiß doch, es sind die Ducktales. Ah! Zeiner geht! Nein, 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 nein! Ich bin, nein, nein! Ich bin ein Idiot! Ich bin ein Idiot! Überspringen, überspringen. Weg, dass es nicht passiert. Ich bin ein bisschen, als... Du hast gesehen. ...a bisschen viel zu stark. Ich bin zu breite. mein katola hat wiederum gespackt ja also ich sage diese runde schon an zwei toren schuld mindestens die drei alle das andere tor das ist zwar auch durch mich ein bisschen aber den zwei stein also drei tore waren mein schritt du hast nur an einem schritt also ich muss wieder alles alleine machen ich muss 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 die musik so auf die es muss nicht nur unsere tore alleine macht auch alle fähigkeiten dass sie wieder bekommen muss ich nur unsere tor schießen sondern auch noch die gegnerin Tore alles klar aber du hast ja auch geile Tore von richtig richtig geile Tore an ihm geschossen muss man echt mal sagen also das letzte Tore von dir war richtig geil fand ich ich muss mir gar nicht mehr dran erinnern wo du den knopft hast über den Kippen rüber das war ja nur noch kacke es war ein gutes Tor das war mein um er hat mich dabei vor allem er es sind die geordacht sie sind geheimnisvoll Toll! Und sie sind super toll! Die Taktels! Voll asynchron, weil die Internetverbindung so ein bisschen hinterher hängt. Ja, bei dir. Mario, Mario! Nein! Nein! Alles muss man dir alleine machen. Ich darf nicht aufs Handy gucken. Während ich das Auto fahrt, nicht aufs Handy gucken. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Liebe Mann! Ey, wie wir das auf Ausgleich schaffen, ey! Was ist los? Was gibt's noch für Serien? Intuance. Man, 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 man. Ja, okay. Wie ist das denn was? Hau mal mit your mother. Ähm. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb tut oder jetzt geiler wie zu sagen dann habe ich heute in 1 live gehört ich auch ich habe ja auch dasselbe ich dachte so was ist das jetzt so breaking news kommt staffel irgendwas oder kommt eine neue serie zwischen den es war irgendwas heute für irgendwie tag ja es ging um groß und nein 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 hört auf böse böse aus aus wo auch auf als er schon es ist nicht nachvoll das ausnahmetalent Mr. Bezix okay noch ein spieler Jupp bereits und hier oben ja ich auch müssen ab und zu ich meine es ist position zu verändern manchmal nicht mehr mit weg vom Mikro manchmal aber auch nicht hey der sieht mich rollen der Hayden ah warte woher kann das mal warte 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 nichts sagen nichts sagen nichts sagen ähm wie hieß das spiel von PewDiePie Happy 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 Free Friends warte das Intro aus Happy Free Friends NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Nein, 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 fuck, die beide voll Retire, das haben uns beide weggeklatscht. PewDiePie mit Happy, mit dem Vater, dem Kind und dem Fahrrad. Ach so, ja, ähm, Happy Wheels. Ja, da kam das einmal, hat das einfach so reingeschnitten, dieses 60-Me-Wohnen. Habe ich nicht gesehen, weil ich gucke eigentlich kaum PewDiePie. Ah, das ist mega lange her. Lol, also, oh, I'm taking it. Ja, ich hätte das rauskippen müssen, das wäre es gewesen. PewDiePie. War schön, das ist meine Spezialität. Ähm, ich, ne, ja, ja. Das wird immer noch deiner. Sehr gut. Äh, ich habe ihn mit vorne, ich habe mit vorne gespielt, aber es war ein Vollrücks, ja. Nice. Ähm, ja. Wir fallen langsam echt keine Seeleninteressen mehr ein. Ähm. Äh, es ist schwer, alle nachzumachen. Ähm, es soll sich das, ich kann es schwer nachmachen, weil ich die Drama. Wenn du bist irgendwas ist, ist valuable. Ähm. Äh. . Das verdammelt, doch mal so морgendes. Äw, Samson. Da, 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 da. Da, 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 da. Nein. Nein. Au, die mobben mich. Aber das war alles nur Teil meines raffinierten Plans, kein Tor zu schießen. Ne, komm, mach das, mach das, mach das. In welche Richtung geht's? Okay, bin ich dabei. Boah. Der kann gut. Hoho, ich hab dich voll ausgetrickst. Deiner, Chris, deiner. Nein! Ja, aber... War knapp. Oh, gut, 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 gut. Nein, das war schlecht von mir. Jetzt hinten bleiben sollen. Jetzt haben wir wieder selber gecrasht. Ich mein, mein Safe war... ...war worth itter als dein, das Safe. Versuch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht... Oh Gott. Nein, nein. Gut, gut. Nein. Nein. Ich muss gerade sagen, ich kann es nur von Prinz auf BLR zu erinnern. Ne? 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 Ich kann das Intro so un... ...so ganz wenig nur noch, aber das kann man nicht nachmachen. Ich kenn den Text dazu nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich hab einen Typen von denen gerade vorliegen genommen. Sick bastard! Deiner! Ne, nicht ganz. Warte, warte. Natürlich hier, eins der klassischsten. Die królse mal��infacht hat bei der beim übereinstellten. Der, der, der. Der, 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 der. Ahhhh! Nein! Sunrun, lieber Sunrun! Nein! Das war richtig scheiße von mir, aber auch von dir! Sieh, was du gemacht hast! Und ich auch! Das lässt du den einfach so durch! Ja, was lässt du den durch? Ich hab keinen Boost mehr! Nein, nein, nein! Du hast den weckkickt müssen! Ja, wo? Ich konnte doch nicht! Springen! Du hast mir noch letztes erzählt! Ja, klar! Er trifft mich kaum und ich bin zerstört! Oh, Mann! Jetzt muss ich über irgendwie der Luft... Ah, dann bist du wieder okay! Klar bist! Ich bin schnell wieder da! Könntest du bitte in den Wald? Das war ein Ablehnungsneuer! Hä? Nein! Nein, 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 nein! Andere Richtung! Okay, letzter Angriff! Nein! Nein! Für uns! Nein, ich werd' gekickt! Das wär' so unfair gewesen! Du gehst drauf? Ja! Was? Was? Fuck, 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 fuck! Ich hab' keinen Boost! Der erscheint auf dem Boost, du musst... Ich hab' keinen Boost! Der erscheint auf dem Boost! Du musst... Ja, ich kann je nachdem schlecht verteidigen ohne Boost! Ja, aber... Ich bin drin... Besser... Besser, zur Gornestin zu gehen! Bisschen! 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 Angriff, Angriff, Angriff! Ich geh' zurück zum Tor! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter, was? Was zum Fick! Wie kann das sein, ey? Guck, guck, das ist so unfair! Wie viel Glück kann man haben! Wie viel Glück kann man haben! Genau in die Ecke! Ja, klar! Und schon wieder eine Folge mit einem... Ehhhhh! Sorry! Wieder eine Folge beendet mit einem... mit einem Verlust... Kiste! Turbo! Ey, ich krieg' hier nur noch Rick und Morty, sagt! All die Sachen, die du grad eben machst, hab' ich jetzt auch bekommen! Der hätt' ich auch am Stück wirklich bekommen! Oh, das ist jetzt grad richtig mies, ey! Ja, egal! Ehm, ja gut, dann... War's das für die Folge, ne? Jo! Und für diese Woche! Nächste Folge, neues Glück! Fühlsgern noch so... Ey, warte, warte, warte! I'll be back! Hehehe! Du-dum-dum-dum! Du-dum-dum-dum! Hm? Das war die Musik aus Terminator 2! Warte mal! Warte, 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 warte! Egal, ich krieg' den Anfang nicht hin, aber... Das ist Rocky! Ich krieg den Anfang aber nicht davon hin. Oder It's the Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Ich glaub, das passt perfekt zu der Musik von Rocket League, ne? Ja, könnte gehen. Aber wie gesagt, wie einst ein weiser Mann sagte I'll be back Der Song, der gerade läuft, könnte gesungen sein von Taylor Swift Der könnte von Arnold Schwarzenegger gesungen werden Nein, das passt mit der Stimme so gar nicht I'll be back Macht der doch auch immer, ne? Eigentlich muss man die ganzen Filme mit dem auf Englisch hören Also ich angucken Wegen ihm So, die Folge wird beendet in T-4 3 2 1 2 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11